Ja der war Frech's Bond, der hatte Bacher drauf. Oh mein Gott! Okay ihr müsst mich auch einsammeln. Das war der krasseste Flip den ich je gesehen hab. Hier unter dir, ungefähr 10 Meter noch weiter unten. Gibt gar nichts man. Glaub mir, du siehst den Turm sehr gut. Wenn ich vorne ran gucke ist der Link. Ey Tür ist aufgegangen bitte! Ich hab den Code geknackt! LOL merke ich den Code! Warte warte kurz! Ja oder renn einfach hoch und kill den Typen. Was ist das? 8-9! LOL Nein! Warte mal bitte, mach kurz zu ihr bitte. Bei mir geht jetzt ganz abgefuckt die Scheiße ab. Kai, du hast Kai gekillt von Nüppeltwister. Ja, Luke, Alter. Okay aber Tür geht jetzt auf, Tür geht jetzt auf! Was ist der noch? Ja, ich hab gefehlt! Ich hab gefehlt! Ich fahr zu nah dran. Na, Hals! Ja, den einen, der Hero ist jetzt blutend im Haus. Der Taliban stirbt hier gerade. Ja, der Taliban ist tot und der Hero ist blutend im Haus drin. Den schlägt man ruhig auf, ne? Und der andere, der andere fütze auch wieder. Da ist dann der Double-1-7. Schau mal, was ein Krieg geht hier bitte ab. Alle gegen Mark X. Fünf Leute sind der für mich. Ach, sorry. Egal, egal, chill! Der schläft, oder? Der schläft, oder? Alter, mein Puls. Hero level 2 auszunehmen. Okay, wow, bei mir! Hero level 1 aus. Sliders auf. Ich kill den, wenn der rauskommt. Ich kill den, wenn der rauskommt. Am Hero level 2 aus, bei mir. Skate offen. Okay, ich bin auch richtig. Scheiße, der ist rausgekommen, der ist rausgekommen, der Zug macht. No, 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 wie schnell! Scheiße, ich muss den Kill machen. Nein! Ey, ich hätte gehört, ich schaue so zu einem Hero level 1 Haus, ne? Ey, ich habe da... Ey, genau in dem Moment war ich noch... Also, die Tür habe ich nicht gesehen, ich konnte nur das Gate sehen. Weil das ein anderes Haus davorsteht. Wie krass. Ja, das Problem war, ich hätte auch... Ich war aber schon tanseat. Nein. Was hast du denn? Nadine, fahr! Ach, der Bubble F hat nein, als ob er wüsste. Ich auch schon mit E. Mit E, du sollst mit W fahren. Ah! Das ist jetzt nicht dein Ernst. Was hast du kaputt gemacht? Ey, hoff ich nicht, die Bagger nicht. Ne, mit Richard, ich lachen. Nadine, okay, du kannst bei mir mitfahren. Und hab noch große Fresse vorher gehabt. Jetzt haben wir Benzin, aber keine Sachen, du Spaß dir. Und ich sage noch du. Ey, ernsthaft Didi. 50 Meter vorm Auto, crash der das. Boah, Didi, du kommst gut in Position, glaub ich. Junge, das war sicherer Haustür. Auf jeden Fall. Direkt Didi ist rein. Was passiert? Didi, Didi, jetzt, jetzt. Er geht zu seinem Haus. Und baitet, Alter. Hat nicht aufgemacht, oder was? Ja, ich dachte, er macht auf. Er ist raus, er ist raus. Du hast den Didi. Du hast den Didi. Bagot. Dennis, das war Dennis. Der hat den Didi gesaved. Der hat den Didi gesaved. Der hat den Didi gesaved. Hinterher? Ja, 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 ja. Ich hab mir den Map auf dir. Ich hab mir einen Marker gemacht. Der Map, hinterher, hinterher. Du sitzt links? Ja, 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 ja. Noch zwei Macs hab ich. Ich hab mir einen Marker gemacht. Ja, das ist schon mal gut, dass du ihn rausgeballert hast. LOL. Schieß mal dein Magazin leer, bitte. Ich hab wohl das Schuss drinne. Nice. Der Didi, die werden jetzt gebobust, oder? Der hat gar keinen Gunner mehr, der nur. Der kann uns eigentlich nur noch haben. Didi, du kommst jetzt zur Schussposition. Jetzt. Weit weg, glaub ich. Der ist rausgesprungen. Der ist rausgesprungen. Nee, gekillt, gekillt, gekillt. Nee, die geht down, Didi. Du bist eine Granate, Alter. Der war halt aufgelockt. Boah, wie geil. Weiß die Leiche, ne? Hey, wie geil sieht das denn aus? Sehen wir gerade hier alle hooten? Langsam über den Berg fliegen. Boah, richtig geil. Jetzt ist der Anflug, Alter. Sieht echt geil aus, wie wir alle so die gleiche Kurve nehmen. Was? Der mag alles auf der Abfahrt von der Brücke. Ja, ja. Oh, jetzt darf ich natürlich nicht fehlen. Ah, der hat einen Operator so gedreht, dass du nicht auf ihn schießen kannst, ne? Ja, er weiß ja nicht, wo ich bin, ne? Und dann warte ich jetzt. Ja, ja, leg dich hinter den Schritt auf, würdest du? Ich bin hinterm Bus. Jo. Fing mal weg, Fing mal weg. Kannst du mehr? Ja, ja. Ja. Ist das denn lustig? Das ist mir lustig. Nimmst du's auf, Richie? Ja, aber du holst den ersten und so was meint, ne? Ja, ich schieße. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Der Baumschuss verliert. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Boah, ja, ja. Ja, 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 ja. Ihr habt immer noch nicht genug von MyGigs und Co? Dann klickt hier! Und hier! Wenn du schon alles umhauen, klickt hier und abonniert uns!